Das ist er. Das ist der nächste Pokal für unseren FC Santos. Willkommen zurück im FM24 hier bei Let's Splinter. Wir haben die Recopa Sudamericana gewonnen. Nach dem Erfolg im Jahr 2012, nunmehr in 2024, dieses Ding hier gewonnen. Aus den Siegern der Copa Sudamericana und der Copa Libertadores wurde dieser Pokal ausgespielt. Und da beide Mannschaften der jeweiligen Wettbewerbe siegreich aus Brasilien kamen, gab es das Duell gegen Fluminense. Wir haben das Hinspiel 0-0 bestritten und das Rückspiel 2-1 für uns entscheiden können. Das ist insofern besonders, als dass wir 5-2 auf den Deckel bekommen haben in der Liga zwischen diesen beiden Partien. Aber nach dem Continental-Erfolg in der Copa Sudamericana im vergangenen Jahr bzw. der vergangenen Saison, Nun der nächste Titel und das liest sich dann doch schon ganz schön. Wir haben überdies, wie gesagt, gegen den Copa Libertadores Sieger gewonnen und haben überdies die Mitteilung bekommen, gegen wen wir in dieser Saison in der Copa dann auf Gruppenbasis gegeneinander spielen werden. Es ist der Barcelona SC, eine Mannschaft, die scheinbar eine Liaison mit dem FC Barcelona hat, denn ansonsten kann ich mir dieses Logo kaum erklären. Spielen in Ecuador sind nicht so stark wie wir anzusiedeln und momentan auf Platz 7 allerdings auch erst ein Spieltag dort gespielt. Der nächste Gegner, durchaus bekannt, CSD Colo Colo, ein Verein aus Chile. Und wenn ihr das Bild euch mal genauer anguckt, kennt ihr den? Ich denke schon, das ist niemand Geringeres als unser ehemaliger Spieler Dodi im zentralen Mittelfeld. Den hatten wir ausgeliehen für 550.000 zunächst und jetzt ist er verkauft worden für 8,25 Millionen nach Chile zu Colo Colo und insofern wird das ein Wiedersehen mit ihm werden. 8,25 ist stark, wenn man sieht, dass der Marktwert bei 4,6 Millionen liegt. Ziemlich gut gehandelt in unseren Augen, das hat sich wirtschaftlich durchaus gelohnt. Und letzter Gegner für uns, der FBC Melga, eine Mannschaft aus Peru, die dann doch deutlich nach unten abfällt. Stärketechnisch sind momentan Tabellen 18er und das ist ein richtig schlechter Start. Drei Spiele, 0 Punkte, 1 zu 7 Tore. Die Liga scheint mir durchaus schwach. Wir gucken kurz auf den Verein bzw. auf die Historie. Die spielen eigentlich immer ganz gut dort mit, aber die jüngste Vergangenheit zeigt einfach, dass da nicht viel zu holen sein scheint. Wir sehen diese schöne südamerikanische Schüssel im Hintergrund. Das sieht mir nach einem Vulkan aus. Das Caja do Rio Stadion, die Hauptstadt der gleichnamenden Region Arequipa, ist da entsprechend für den FBC Melga die Heimstätte. Und da werden wir tatsächlich hinreisen. 42.000 Zuschauer passen in das Stadion. Nicht schlecht. Also insofern werden das interessante Reisen hier in den nächsten Wochen. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Paarungen. Und die lauten da, der fünfte Spieltag. FC Sao Paulo ist unser Gegner und wir sehen es hier oben. Die sind Tabellenvierter und damit einen Platz vor uns. Tatsächlich wegen der Tordifferenz, das haben wir selbst zu verschulden oder uns selbst zugefügt. Dann Länderspielpause, aber wir sehen der sechste Spieltag. International Porto Alegre und dann geht es schon gegen FBC Melga. Bin gespannt, ob wir das in dieser Folge noch abhandeln können, was alles passieren wird. Atletico Mineiro, danach der Gegner. Spätestens dann ist mit dieser Folge Schluss. Wir gucken in die Nachrichten rein. Pinto bleibt bei seinem Verein. Es ist ein Jugendspieler, den wir hier angeboten bekommen haben. Hatte ich ziemlich viel Geld für geboten, aber das scheint sich momentan nicht realisieren zu lassen. Riskante Ansprache war erfolgreich. Unsere Gegner habt ihr gesehen. Statusbericht der Verletzung. Lukas Lima sechs Wochen noch mit seinem gebrochenen Fuß verletzt. Siegprämie 625.000 Dollar für die Recopa. Scouting abgeschlossen in Bezug auf Raul Jose, einen 17-jährigen Jugendspieler von Hawaii FC. Das ist interessant. Der hat einen guten Marktwert. Offensiv, den haben wir schon im Blickfeld. Eine frohe Natur. Mal gucken, ob was mit dem noch zugegebener Zeit möglich sein wird. Haben wir im Blickfeld und damit gehen wir rein in die Woche, in die halbe Woche Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC Sao Paulo. Und wollt ihr mal ein Statement sehen? Guckt euch mal die Top-Transfers der ersten brasilianischen Liga an. Der sogenannten Brasileirao Acai. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben fünf Transfers in den Top sechs platzieren können. Von unten nach oben. Strefeza ist tatsächlich auf Rang sechs mit seinen fünf Millionen, die wir hier an US Leche überwiesen haben. Leonardo Fernandez im offensiven Mittelfeld. Unser Notkauf für zwölf Millionen richtig stark eingeschätzt. Candido, in meinen Augen der Top-Transfer, auch der teuerste mit 28,5 Millionen Dollar. Das war schon ein ganz schönes Statement von uns gegenüber Red Bull, Bragantino und der Liga. Land auf Platz vier. Dann kommt von Al-Hilail Malcolm, der rechts außen, 27 Jahre für zwölf Millionen. Fernando Ablösefrei, da unten noch an Atletico Minero. Die haben auch gut... Gabriel Veron, ist das zufällig? Kann man das nachsehen? Die haben auch gut gewirtschaftet. Details. Sieht man irgendwie, wer Vater oder sowas ist? Nicht, dass das der Sohn und Mann, aber Brasilianer. Nee, Juan Sebastian Veron war Argentinier, glaube ich. Egal. Luis Romo, Multitalent im defensiven Bereich. Hier auf Rang zwei mit 14 Millionen. Und Top-Transfer für Football World. Die Zeitschrift hier oben, die hier zu sehen ist, Richard Sanchez. Unser Akteur, unser Spielmacher im zentralen Mittelfeld, der einfach auch sehr, sehr gut in Form ist. Freue ich mich drüber. Den haben wir ablösefrei von Club Amerika loseisen können. Und das ist natürlich ein extrem guter Transfer. Da haben wir ziemlich gut agiert am Transfermarkt. Nach dem Abgang von Kebison haben wir das Geld gut investiert. Transferphase ist durch. Nur sportlich hängen wir jetzt beim Vorstand ein bisschen durch. Nach dieser 2 zu 5 Klatsche. Und darum soll es jetzt gehen. Wir wollen diesen Eindruck kitten. Wir wollen wieder und weiter nach oben. Und das natürlich im Derby gegen Sao Paulo. Die 50 Kilometer von uns entfernt. Arbeiten, wohnen, leben, spielen. Sucht euch aus. Im Morumbi-Stadion geht es zur Sache. 42.000 Zuschauer sind erwartet. Wir sind klar favorisiert. Wir sind die stärkere Mannschaft. Aber was heißt das schon nach einer 2 zu 5 herben Pleite? Wir sind froh, dass wir den Titel unter der Woche gewonnen haben. Das dürfte die Moral deutlich angehoben haben. Es ist nicht das Topspiel. Das ist Botafogo gegen Ezebahia. Und insofern können wir uns hier einigermaßen ruhig auf dieses Derby, was uns jetzt hier auch angezeigt wird, das San Sao, vorbereiten. Ich bin sehr gespannt. Es knistert. Es liegt was in der Luft. Und wir gucken, wie wir agieren werden. Sicherlich gegen eine gut gestartete Mannschaft wie Sao Paulo. Wieder mit Romo im defensiven Mittelfeld. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. João Lucas ist in Form. Natürlich ist das auch Nathan. Ich sehe relativ wenig Notwendigkeiten, irgendwas zu ändern. Leonardo Fernandes bleibt hier auf der Bank und steht uns dann zu gegebener Zeit zur Verfügung. Ansonsten heißt es, die Jungs motivieren, die Jungs taktisch gut einstellen. Und dann sehen wir uns auf dem Spielfeld wieder. Ich glaube, wir haben gute Chancen, den Eindruck hier aus dem letzten Ligaspiel wieder wettzumachen. Und es ist wie so oft, wir schießen die nicht aus dem Stadion. Dafür haben wir jetzt hier keinen Anspruch seit dem letzten Ligaspiel. Nein, wir wollen wirklich, dass die Mannschaft sich reinhängt, dass sie einen hohen Einsatz zeigt, bereit ist für dieses Duell und wirklich die nächsten Punkte hier einfährt. Rein in den insgesamt fünften Spieltag. Mal gucken, wie wir starten. Wir starten mit einer guten Möglichkeit hier früh in der Partie. Ich hoffe auf ein frühes Tor von uns. Aber Sao Paulo wehrt sich natürlich direkt zu Beginn. Kandido, gelbe Karte, Diego Costa tatsächlich auch nach 31 Minuten. Ansonsten passiert relativ wenig. Kurz vor der Pause auch nichts. Es ist ein 0 zu 0 der biederen Art, möchte ich fast meinen. Kandido nicht so wirklich überzeugend. Vorne drin ist Trefeza relativ dünn. Da kommt sicherlich gleich mal Braga um die Ecke. Er hat nochmal eine Viertelstunde Zeit. Mehr ist das nicht. Das ist wirklich wenig. Ich brauche ein bisschen mehr von der Mannschaft. Und das gehen wir auch taktisch so an. Wir werden mal ein bisschen mehr versuchen zu pressen. Nicht allzu viel. Ich schiebe den Einsatz durchaus ein bisschen hoch. Es ist Länderspielpause danach. Nicht alle sind auf Reisen, kann ich mir vorstellen. Insofern harren wir der Dinge. Versuchen die Jungs zu motivieren und gehen in die zweite Halbzeit. Oh, Riesenchance für Sao Paulo hier zum 1 zu 0. Wir haben Glück, dass es hier nicht 0 zu 1 steht. Wellington Rato bekommt die gelbe Karte. Gute, ne halbe, doch gute Stunde ist vorbei. Trefeza wird nicht mehr besser. Insofern kommt hier Braga. Dodo ist einigermaßen gut in Form. Kommt für dann Candido. Wir könnten sicherlich noch, können wir noch einen Innenverteidiger bringen. Wir können Alisson bringen für Joachim zu gegebener Zeit. Aber das geht noch. Der spielt vor allen Dingen gut. Ansonsten schwer. Morelos vorne reinwerfen. Leonardo leider ohne den notwendigen Ertrag momentan. Wir harren der Dinge erstmal. Ich hoffe jetzt nicht, dass es gleich hier 0 zu 1 steht. Haben eine Möglichkeit. Gute Viertelstunde ist noch zu spielen. Joachim nach wie vor gut vorne. Ist das irgendwie ein Komplettausfall. Ihr seht das. Alles glatte Vierer. Da ist nichts wirklich Überzeugendes dabei. Und ich glaube, um hier irgendwie eventuell den Lucky Punch zu erzielen, möchte ich jetzt Folgendes machen. Wir nehmen, tja, wen nehmen wir raus? Joachim frische-technisch. Ich glaube fast schon tauschen. Das Ganze mit Romo und Fernandes geht ins offensive Mittelfeld. Das bedeutet, dass ich das Laufwege-technisch wieder anpacken muss. Wir trauen uns jetzt ein bisschen was. Schauen hier, das Pressing passt. Ja, und ein bisschen mehr Risiko. Nicht allzu viel in die Pässe vielleicht rein. Laufwege bearbeiten. Fernandes zieht klar nach vorne. Wobei, Sanchez soll so weit nach vorne gehen. Den ziehe ich dann einen Ticken zurück. Der darf auch mit nach hinten arbeiten. Macht etwas weniger Vorstöße. Passen wir drauf auf. Spielmacher ist jetzt hier ganz klar. Leonardo Fernandes, der soll jetzt hier was zeigen. Kreativ sein. Ohne Gegenspieler agieren. Jean-Lucas fangen wir noch ein bisschen ein nach hinten. Und dann ist der Spielmacher eben Fernandes. Und dann geht es rein in die Schlussviertelstunde. Wie viel Wechsel haben wir noch zur Verfügung? Zwei sind es immer noch. Wir gucken, was passiert. Luan verletzt sich. Ja, und es sind 84 Minuten gespielt. Morelos hier nochmal für Leonardo. Und dann Mendoza für Soteldo? Oder João Lucas außen rechts für Nathan? Ja, ich glaube, das ist die bessere Wahl. Letzten fünf Minuten. Passiert noch was? Es sieht nicht danach aus. Nein, es geht 0 zu 0 aus. Damit stärken wir natürlich unsere Defensive. Das Konstrukt mit Luis Romo und defensiven Mittelfeld hat einigermaßen gut funktioniert, möchte ich meinen. Wir hatten der gespielt. Insgesamt eine 4,0 abgegriffen. Nicht sonderlich gut, aber zumindest stabil. Vorne ging dann relativ wenig. Das muss man ehrlicherweise sagen. Strefeza hat hier nichts geleistet. Soteldo Leonardo. Das war schon relativ dünn. Und logischerweise rasseln wir damit hier. Guckt mal. Weil hier oben alles gewinnt. Mit diesem Unentschieden von Platz 5 auf 8 runter. 10 Punkte. Nach fünf Spielen ist nicht verkehrt. Aber es reicht auch nicht für die ganz große Hausbeute. Als nächstes kommt dann Inter. Die stehen auf Platz. Wo sind sie? Platz 14. Die haben gewonnen das erste Mal diese Saison. Bevor es dann gegen Atletico Minero geht. Und die sind Tabellenvierter. Also die ganz schwachen Gegner sind es zu Beginn der Saison noch nicht. Vasco da Gama danach. Die sind Tabellenführer. Und der EC Bahia ist immerhin Tabellenzehnter. Wir haben jetzt hier das zweite Spiel mal verloren. Boah, es ist nicht leicht. Danach geht es dann eventuell mal gegen Mannschaften, die wir besser bearbeiten können. Wie zum Beispiel Cruzeiro. Oder wie zum Beispiel Paranaense. Ne, Paranaense ist auch da oben dabei. Also da ist ziemlich lange guter Wettbewerb für die nächsten Spieltage garantiert. Kleines Testspiel in der Länderpause gegen Madurera EC. Die hier als frische und Fitnessgegner für unsere zweite Garde fungieren werden. Gehen wir schnell drüber. Gucken wir uns nur das Ergebnis an. Wir gewinnen 4 zu 0 durch Tore von Morelos. Der gibt auch einen Assist. Außerdem Sanuzelo mit dem Tor und dem Assist. Pirani trifft. Schöne Grüße an die Zuschauer, die über den und seine Laie gesprochen haben. Habt ihm die Möglichkeit geboten und er hat sie genutzt. Er hat ein Tor gemacht. Freut mich sehr für den jungen Kerl. Sehr, sehr schön. Und ein weiteres Tor. Luis Felipe hier in der Innenverteidigung reingekommen. Nutzt seine Gelegenheit. Prager gibt noch eine Vorlage. Wir gewinnen deutlich mit 4 zu 0. Und freuen uns, dass auch die zweite Garde entsprechend drangekommen ist. Sehr, sehr schön. Und nach der Länderspielpause ist es endlich wieder soweit. Der nächste Spieltag. Der sechste Spieltag im Villa Belmiro zu Gast. SC International Porto Alegre. Ist es Porto Alegre? Ich muss gerade mal überlegen. Ich meine fast schon. Ja, so ist es. Der SC International Porto Alegre. Ihr seht, die letzten sechs Spiele, die haben gegen die Corinthians 2-1 gewonnen. Palmeiras 1-1. Coritiba verloren. Bahia verloren. FC Sao Paulo verloren. Sehr, sehr interessante Saison bisher. Und doch wollen wir gegen die jetzt hier diesen Aufwärtstrend dann auch beenden. Zumindest dererseits. Wir sind favorisiert. Wir gucken, wie wir in Form sind. Vor allen Dingen, welche Mannschaft wir auf den Platz schicken können. Fluminense gegen Botafogo ist das Top-Spiel. Wir sehen so, Teldo und Sanchez sind ein bisschen frische technisch ein Problem. Auch Luan Candido. Dodo sitzt auf der Bank. Das ist okay. Ich habe Strefeza rausgenommen. Der hat seine Form gerade wieder in den Griff bekommen. Ich, boah, schwierig. Ihn oder Braga auf rechts. Strefeza hat es sich eigentlich nicht verdient. Aber der ist, wir brauchen ihn eigentlich jetzt auch zu Beginn. Mit Mendoza möchte ich dann in dem Moment aber nicht gehen. Dann eher mit Braga als Option nach einem Wechsel. Morelos ist leider leicht verstimmt. Leonardo Fernandes ebenso. Mit dem versuchen wir mal zu sprechen. Tja, ob wir ihn in Top-Form benötigen. Die Verstimmtheit wird er noch aufgeben. Ich denke, dass er gegen Melga in der Coppa dann zum Einsatz kommt. Heute möchte ich es nochmal mit Romo versuchen. Wir wollen, dass die Mannschaft sich so langsam auch ein bisschen einspielt. Das ist natürlich für den Teamfaktor, für die Teamdynamik durchaus zuträglich, wenn wir mit einer gleichen Mannschaft spielen. Bin da guter Hoffnung und hoffe jetzt, dass wir dann, während ich joggen gehe, taktisch gut eingestellt sein werden. Das bedeutet allerdings wieder, dass wir den Einsatz wieder hochschrauben. Denn wir müssen schon ein bisschen hier agieren gegen einen Gegner, der uns viel abverlangen wird. Gucken aufs Pressing nicht so viel. Aber ein bisschen wollen wir natürlich schon fordern und pushen. Wir gucken auf den Mannschaftsvergleich. Sehen, dass da vorne läuft Diego Costa rum, der natürlich ein echtes Thema ist. Wandersson auf rechts. Das ist schon brutal. Hinten ist Ramon Juarez in der Innenverteidigung. Eine gute Mannschaft haben die eigentlich zusammen. Mauricio im offensiven Mittelfeld. Junger, 23-jähriger Portugiese, Brasilianer, Schrägstrich. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Romo hier Mauricio ordentlich in die Mangel nimmt. Ich hoffe drauf, dass das funktioniert. Er wird wenig Vorstöße haben. Er wird das relativ aggressiv bewältigen. Ja, und Sanchez darf dann eigentlich auch wieder hier das Spiel übernehmen. So ist es. Ich bin guter Dinge. Lasst uns reingehen in diesen Spieltag. Holen wir uns den nächsten Dreier, der so wichtig wäre, um diese blöde Tabellenkonstellation wieder ein bisschen schöner zu gestalten. Da oben hat fast alles gewonnen gehabt, was da vor uns steht. Außer eben Sao Paulo. Die hatten gegen uns unentschieden gespielt am letzten Spieltag. Jetzt aber ist es soweit. Wir gehen rein und wir sagen, keiner kann uns aufhalten. Ich bin ja immer noch beim Kämpferischen. Gerade mit dem defensiven Luis Romo. Kämpft um jeden Ball rein in die Partie, rein in den sechsten Spieltag, von dem wir uns erhoffen, dass es drei Punkte regnen möge. Und Marcus Leonardo trifft auf Vorlage von eben jenem Luis Romo. Der macht den Assist nach einer Viertelstunde und trifft zum Doppelpack. Nathan von rechts wahrscheinlich mit einer Flanke. Geiler Start in diese Partie. Doppeltor und dann dreimal gelb. Und Jeferson Soteldo auf nächste Vorlage von Romo. Wow, sehr, sehr überzeugende Halbzeit hier von uns. Romo mit einer 1A-Partie. 2,0 robbt er hier ab. Candido fällt ein bisschen ab. Leonardo schnürt den Doppelpack. Ja, Strefezza immer noch mit einer 4,0 registriere ich. Aber das ist eine gute Halbzeit gewesen von uns. Das lässt uns auch Möglichkeiten. Das war genau das, was wir uns vorgestellt haben. Wir können ein bisschen die Massagebank ausbreiten. Soteldo nochmal ein bisschen aufputschen. Wir loben die Torschützen. Wir loben auch den starken Luis Romo mit zwei Vorlagen. Ich möchte mehr von Candido sehen. Ich möchte mehr von unserem Spielmacher Richard Sanchez sehen. Obwohl ich eigentlich Strefezza auch ansprechen wollen würde. Aber es geht nicht alles. Was ich mir vorstelle ist, Basso gleich rauszunehmen. Romo könnte dann nach hinten ziehen. Ansonsten muss man mal gucken, was sich so ergibt. Offensives Mittelfeld. Wir wollen Fernandes in eine Situation bringen, die in der Copa Libertadores dann wirklich eine bessere Form vorab bescheinigt. Ich denke, dass ich hier noch höchstens 10 Minuten mit dieser Konstruktion hier hinten hantiere. Gehen wir also gleich in den Wechsel. Relativ schnell hier noch aufwärmen lassen. Und dann gucken wir, dass wir in der 55. den Wechsel anstreben. Genau das haben wir jetzt. Basso geht raus für eben Fernandes. Romo geht dafür in die Innenverteidigung. Und der zieht nach vorne. Und der ist natürlich jetzt der Spielmacher, den wir hier wollen. Und den wir hier auch tatsächlich einstellen. Laufweg klar nach vorne. Sanchez. Ich glaube, hier gehen wir eher nach rechts raus. Sanchez macht auch ein bisschen den Weg jetzt mit nach hinten. Nicht mehr so ganz kreativ nach vorne. Ihr kennt das Prozedere. Fernandes kann das allerdings kreativ lösen. Gucken, ob ihm das heute ein bisschen mehr zusagt. Würde mich freuen für ihn. Und Candido bekommt wahrscheinlich auch seine Pause zu gegebener Zeit. Weiter geht es mit der zweiten Hälfte. Möglichkeit für Porto Alegre. Das sieht sehr gut aus. Gute Stunde jetzt gespielt. Strefazza lohnt sich hier nicht wirklich. Ich bringe Braga für ihn. Nächste gute Möglichkeit für uns. Nach 67 Minuten jetzt noch ein viertes. Und das wäre wirklich deutlich. Viertelstunde ist noch. Wir gehen mit Dodo hinten drin. Und könnten noch Joao Lukas bringen. Für einen gut agierenden Nathan. Sanuzelo gefällt mir aber besser für Sanchez. Und dann haben wir noch einen Wechsel. Den wir dann in 5 Minuten einstreuen werden. Was wir machen können, ist jetzt natürlich hier den Einsatz rausnehmen. Zeitspiel. Lange Bälle. Wir gehen auf die Konter. Klar. Und dann als krönenden Abschluss bringen wir... Ja, Joao Lukas. Als Rechtsverteidiger. 3 zu 0. So scheint es auszugehen. Noch mal eine gute Möglichkeit. In der Schlussphase für uns. Gibt es noch auf irgendeiner Seite ein Tor. Ohne Gegentor wäre schön. Und so ist es auch. Wir gewinnen 3 zu 0. Gegen International Porto Alegre. Am sechsten Spieltag sehen wir eine starke Leistung. Und den besten Mann auf dem Feld. Jefferson Soteldo. Marcus Leonardo aber schnürt den Doppelpack. Und das schiebt uns nur langsam wieder nach oben. Da oben gewinnt halt auch alles. Hier ist eine ganz klare Kluft zwischen den Mannschaften zu erkennen. Schade, dass uns der Spieltag nicht viel weiterhilft. Paranaense läuft hier Gefahr, ein bisschen nach unten durchgereicht zu werden mit der Niederlage. 13 Punkte haben 4 Mannschaften. 3 Punkte auf Botafogo, den Tabellenzweiten ran. Und als nächstes Spiel dann gegen Atletico Minero, die auch und die letzten 5 Spiele gewonnen haben. Oh, sind die on fire. Das wird relativ knackig. Was sehen wir noch an Ergebnissen? Der FC Sao Paulo. 4 zu 0 gegen Bragantino. Die stehen unten drin mit einem Punkt. Guckt euch das mal an auf der Tabellenplatz 19. Beste Spieler. Junior Santos ist hier der Stürmer der Stunde. 29 Jahre gut in Form bei Botafogo. Botafogo. So Teldo mit 4 Toren. Leonardo mit 3. So teilt es sich dann auf. Lukas Lima mit einem Tor. Und dann verteilt es sich dahinter. Sterefazza, Sanchez, Joaquim. Und das war es dann. Aber das ist okay. Wir sind zufrieden. Wir haben 13 Punkte nach 6 Spieltagen. Alles gut. Wir sorgen hier auch wieder ein bisschen für ein Torverhältnis. Ist in Ordnung. Mittlerweile hat auch jeder hier ein Gegentor gefasst. Auch Vasco da Gama und Botafogo. Und dann, meine Damen und Herren. Sehen Sie es am goldenen Schweif im Hintergrund. Es ist soweit. Der FC Santos ist zurück in der Copa Libertadores. Was für ein prestigeträchtiger Wettbewerb, den wir jetzt hier begehen dürfen. In einem Stadion, was bei weitem nicht ausverkauft ist. Im Cajatrujillo in Arequipa werden wir unsere erste Auswärtspartie in der Copa Libertadores spielen. Wir sind gnadenlos favorisiert gegen den FBC Melga. Am 18. September 2024. Es wird regnen. Das ist uns vollkommen egal. Wir wollen einen guten Start hier hinlegen. Das Parallelspiel dazu ist Barcelona SC oder Barcelona SC gegen CSD Colo Colo. Sind gespannt, wie die Paarung ausgeht. Wir wollen mit drei Punkten da rein. Ganz, ganz wichtig. Und, oha, wir sehen es. Und das habe ich in der Woche nicht kommen sehen. Die müssen frisch sein. Zwei Verletzungen. Basso verletzt sich. Und Dodo, der Linksverteidiger. Doof, weil Candido immer mal wieder eine Pause braucht. Ich hätte sogar fast drüber nachgedacht, Dodo zu bringen. Oberschenkelverletzung bis zum 23. Fehlt uns also auch gegen Atletico Minero. Doch was ist mit Joao Basso? Muskelfaserriss. Der fehlt bis zum 30. Das bedeutet, der fehlt uns mal glatte Weg. Drei Partien. Auch gegen Vasco da Gama. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir Romo logischerweise in die Innenverteidigung ziehen. Das ist für mich jetzt erstmal in hier dem Spiel kein großes Problem, weil Fernandes sowieso offensiv agieren soll. Das ist okay. Romo macht das da. Aber das wird gegen die Liga-Kontrahenten Vasco da Gama und Atletico Minero durchaus ein Thema werden. Da müssen wir dran. Und das ändert natürlich die Struktur wieder. Insofern ist es gut, dass Fernandes seine Minuten bekommen hat letztes Wochenende. Dass er jetzt hier mal zumindest angedacht über 90 Minuten performen kann, damit sich das alles ein bisschen findet. John Lukas wird weite Wege gehen müssen. Das liegt in seinem Naturell. Ganz einfach hier defensiv zu agieren. Und dann brauchen wir eine bockstarke Innenverteidigung. Und das sind Romo und Joachim letzten Endes auch. Ich bin da sehr zufrieden mit. Können wir mit umgehen. Wir holen Luis Felipe auf die Bank. Ist okay. Und wir bräuchten dann im Idealfall schon noch jemanden für hinten. Kaisara ist gegen Lukas natürlich kein Upgrade. Boah. Und dann wird es vermutlich, wobei kann Kaisara auch eine andere, na der kann auch links. Er kann auch links. Ja, ich glaube dann kommt doch Kaisara hier rein. Damit wir eben zwei Außenverteidiger potenziell haben. Bei Joao Lukas, auch der kann links. Ja, dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Das ist okay. Das ist so die Mannschaft, die hier spielen soll. Trefazza hat sich eigentlich immer noch nicht verdient. Aber Braga ist auch nicht überragend in Form. Das sind andere. Fernandes spielt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn ich ihm jetzt sage, wir brauchen nicht in Topform. Drei Moralpunkte und ein Formpunkt. Fernandes soll hier beginnen. Wir werden ziemlich aktiv gegen diese Mannschaft vorgehen, von der wir uns jetzt zumindest mal das Grundkonstrukt nochmal ansehen. Die spielen in einem 4-3-3 mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Alexis Arias ist der beste Vorlagengeber. Bernardo Cuesta vorne im Tor hat einen guten Riecher. Und ja, ist ansonsten auch sicherlich der, der die Tore schießen soll. Im Tor ein sehr interessant ausschauender Carlos Caseda. Peruaner, 32 Jahre alt. Die Außenverteidiger sind schwach. Wir sehen hier Paolo Reyna und Alejandro Ramos. Und in der Innenverteidigung Lionel Galeano und Renzo Garces. Bin gespannt, wie die Mannschaft agieren wird. Wir sind aber so dominant, dass wir es hier auch wirklich dominant spielen und bespielen wollen. Wir schieben da auch einen Ticken vor und hoffen darauf, dass das passt mit einem Spielmacher Fernandes. Wir packen die Laufwege an und sehen uns gleich dann auf dem Spielfeld. Erster Spieltag in der Kuppa Libertadores. Melga der Gegner und die Ansage an die Mannschaft. Ihr seid stark. Die Mannschaft muss gewinnen und das wird sie auch. Ich bin überzeugt davon. Rein in die Partie, in der Gruppe F. Los geht's. Vollkommen verhaltener Beginn hier nach einer Viertelstunde. Nur eine kleinste Chance für Melga. Ansonsten passiert hier gar nichts. Nach 20 Minuten trauen wir uns das erste Mal nach vorne. Das ist reichlich spät. Und sehen, dass Melga mitspielt. Oh, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich dachte, das ist deutlicher. Viertelstunde noch. Schaut mal, wir haben nichts vor dem Spiel. Und die Chance liegt bei Melga. Die hier vor der Pause nochmal ein paar Dinge kreieren. Oh, das ist eine schwache Leistung von uns. Es passiert eigentlich nahezu gar nichts. Candido ist hier sicherlich einer, den wir frische Technik auf dem Schirm haben müssen. Aber das war schwach zu Beginn dieses Spiels. Aber ihr seht das auch. Gerade die wichtigen Figuren, wie zum Beispiel ein Sanchez, wie ein Fernandes. Und wie ein Soteldo oder ein Marcus Leonardo liefern hier nicht ab. Gut sind Jean-Lucas, Nathan, Luis Romo und Candido. Das reicht noch nicht so ganz. Und wir brauchen jetzt hier ein bisschen mehr Druck in der zweiten Halbzeit. Wie gehen wir es an? Ich finde, wir drücken und pressen schon relativ viel. Vielleicht ist ein etwas riskanteres Passspiel zielführend. Die Abwehr mal ein bisschen nach hinten ziehen. Das hat ja nicht so wirklich gefruchtet. Und dann gehen wir rein und hoffen. Spielen wir nur mit flachen Flanken. Vielleicht ziehen wir die mal ein bisschen höher rein. Zumindest variabel. Dann hoffen wir, dass die zweite Halbzeit besser wird. Und das muss sie natürlich auch ganz, ganz schnell. Erste Chance sofort nach Wiederanpfiff. Und da ist das 1-0. Leonardo. Die Worte haben gefruchtet in der Pause. Strefetzer gibt die Vorlage. Melga versucht sich zu wehren. Aber die machen mit Cuesta das 1-1. In der 56. Stunde gespielt. Sanchez-Thema. Sanuzelo kann kommen. Ja, und warum dann nicht? Dann hat er wenigstens noch ein bisschen Zeit, sich einzufinden. Muss mal gerade gucken, was der für ein Spielertyp nochmal ist. Sanuzelo ist Spielmacher. Der darf es durchaus ein bisschen kreativer gestalten. Ob der jetzt allzu offensiv zu Werke geht, weiß ich nicht. Dafür müssen wir natürlich Jean-Lucas sagen. Bitte mach das mal ein bisschen aggressiver. Den ziehen wir dann auch gut und gerne nach hinten. Ansonsten bleibt alles erstmal so. Fernandes kann ein bisschen nach hinten denken. Ist okay. Sanuzelo denkt sicherlich eher nach vorne als Spielmacher. Und dann ziehen wir Fernandes hier auf links raus. So die Laufweg-Grundkonstellation. Ich hoffe, dass das zielführend ist. Und ich hoffe, dass die Mannschaft sich jetzt hier noch was einfallen lässt. Eigentlich mit dem 1-0 eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen, aber direkt das Gegentor kassiert. Ganz wichtig, jetzt hier weiter gut zu performen, die Chancen zu erarbeiten. Aber da passiert nicht viel. So Teldo ist aber in der 68. da. Da ist das 2-1. Und das ist wirklich wichtig. Jean-Lucas könnte für Nathan kommen. Das ist da die Fazer da außen. Da kommt Braga. Der spielt wieder nur eine 4,0 vom Himmel. Gehen auf die Konter. Pressen nicht mehr so viel. Pombo verletzt sich. Wesley Pombo. Und da ist ein Eigentor von Garces. Gott sei Dank das 3-1. Das ist in meinen Augen die Entscheidung. Alisson kommt für Lucas. Philippe in der Innenverteidigung für Joachim, der sich auch einfach dann mal eine Pause verdient. Und Kaisara auf links für Candido. Nein, der geht nicht mehr. Nee, dann bleibt Joachim drin. Das tut mir leid. Kaisara auf links für Candido. Und dann gehen wir eher sogar ein bisschen hinten rein. Zeitspiel dazu. Einsatz raus. Und hoffen, dass wir dieses 3-1 so über die Zeit bringen. Das wäre wirklich das Mindeste. Viertelstunde mit der Nachspielzeit eventuell noch. Seht der Anschlusstreffer passiert, bin ich nochmal nervös. Aber es sieht gut aus. Gute Kontermöglichkeit in der 85. Wir nutzen sie leider nicht. Haben noch eine in der 90. Boah, eine Riesenchance. Könnte man da sogar das 4-1 fürs Torverhältnis draufpacken. Machen wir nicht. Gewinnen trotzdem 3-1. Nach einem kurzen Schock. Durch das Tor von Cuesta. Bernardo Cuesta. Gewinnen wir dann doch letzten Endes verdient mit 3-1 beim FBC Melga. Und sind damit nicht Tabellenführer. Colo Colo robbten 4-1 gegen Barcelona raus. Cortes hatte das Tor gemacht. Dodi trifft. Castillo und Zavala mit einem Doppelpack. Dann gucken wir einfach mal zum Abschluss dieser Folge, welche Mannschaften hier in der Copa Libertadores noch so mitwirken. In der Gruppe A sind es die Boca Juniors, Vasco da Gama, La Calera und Deportivo Perez. Ich versuche natürlich alles extrem schön auszusprechen. Gruppe B. Atletico Minero kennen wir. Talleres de Córdoba, Club Aurora und Club Libertad Asunción. In der Gruppe C. Atletico Nacional River Plate. Wow. Club Nacional de Football und Metropolitanos FC. Geile Namen auch einfach. Richtig urig. Lanús, Palmeiras, Sporting Cristal und Caracas. In der Gruppe D und in E. Oh, das Strongest. Sehr, sehr schön. Die sind aus, müssen wir gerade mal gucken, aus Bolivien. Das Strongest. Emelec, Paranaense und die Newells Old Boys. In der Gruppe F sind wir. Gruppe G ist Corinthians, Fluminense, Quito und Peñarol. Und in der Gruppe H Porto Alegre, Asunción, Argentinos, Juniors und Interpendiente Del Valle. Was für Paarungen, was für Mannschaften, was für ein schöner Wettbewerb. Und wir sind mit einem Sieg reingestartet. Das liest sich doch alles wieder ein bisschen positiver. Nur der Vorstand hat sich noch nicht gemeldet nach den Siegen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, ihr schaut es euch in der nächsten Folge wieder an. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Letz Blinter. Macht's gut. Ciao, ciao.